Er hat mich eben irgendwie, keine Ahnung, eingeladen oder so. Aber er steht bei mir gar nicht online. Ha Maxi, aber dafür hast du nicht den. Den. Yo Leute, ich bin jetzt live, ne? Okay. Dann freu dich. Ey Maxi, schickst du Link rein in die Gruppe? Ey, lass dann besprechen, ob die reinkommen. Die schreibt grad. Das sind Mädchen und... Wir haben noch ein 1,3K. Er hat ein LGA-Beschild in Fortnite. Nö, nicht auf WS4. Ey, hast du angenommen? Was? Lad die mal ein. Er ist bei mir gar nicht online. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Winter, heißt er Winter. Ja, aber ich find den grad gar nicht auf meiner... Bei W. Bei W. Ja, ist... Nö, bei W ist er nicht. Ja. Ey Cry Max hat mir ne... Ey Cry Max hat mir ne F.A. geschickt. Auf jeden Fall, die Gäuse. Ey Cry Max. Ja, wirklich, der ist ein Cry Max 666. Kartoffel, Spider. Hat er ne F.A. gesendet, würde ich nicht annehmen. Würde ich nicht annehmen. Oder... Der Abschlepper hat mir ne F.A. gesendet. Der Abschlepper... Der Abschlepper... Dann morgen. Also ich sende dir denn morgen die Audio plus den Clips. Ich schneide das bisschen so... Halt, dass du nicht so viele Clips schneiden musst. Ich schicke dir das spätestens morgen Abend, okay? Okay, also ähm... Du musst das gar nicht, also du kannst es mir auch einzeln schicken. Ja, okay. Ja, dann bis nachher, ich bin grad live, ich test paar Bewerbe und so. Ja, äh... Schick mir alles einzeln. Ja, okay. Hm... Jürgen, dieser Winter, der ist nicht auf meiner Freundesliste. Er hat nicht gleich ganz... Bei PS4? Nein, bei... Ah, was. Er hat mich noch gar nicht geedit. Ja, er hat mich jetzt auf PS4 geedit. I like your sketches, you like me. Wingback, warum, ja? Hab ich geedit. Ich weiß nicht, was ich jetzt war. Ich weiß nicht, was ich jetzt war. Im Stream noch schön gewählt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Schön Team A hochzahlen, wohl. Darf ich in den Clan A... Hey, du bist doch im Clan, Digga. Ah ja, Bruder. Ey, du klärst einen Bewerber, willst du mitmachen? Ne, ich glaub, ich muss jetzt auch weg meiner Mutter. Ey, Lule, das ist ein Skin. Hat der, hat der, hat der von... Ich hab mich selbst gecoded. Digga, Renegade. Ey, hat Whips dir den, äh, Skinchanger geholt? Ne, das kein Skinchanger. Ja, ist halt wirklich kein Skinchanger, ey. Ist voll wie so. Ist einfach echt. Ey, ich zock halt immer öfters mit dir. Digga, nehm nochmal Recon. Er ist ein Clan. 200 Guards sind Recon, oder? Alter. Ey, Digga. Ja. Die 2, 15€ kannst du um Recon. Ey, woher hast du Recon? Gekauft? Ja, wahrscheinlich. Wie soll man, wie soll man, wie soll man anders Recon haben, Alter? So, dass ich auch, der, wo wird... Oh, 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 XDE. Hiiiiihihihihi. Ihr was ist...? Ehhihihihihi Moinen, äh... junges Mädels. Ähm... Mälde? Ähm... Junges, buch... Jungfrau? Hä, wärst du sie von mit dem Mädchen? ein bisschen es ist schon wieder raus ey die wir machen mal 3xn raus das sind 4h das sind 4h das sind 4h lang wahrscheinlich hast du schon mal keine Kreative spiele was ist das also Traviscott hier alle Traviscott rein ja ok alles Traviscott pauchkoll ey einfach mal mach raus ey man so eine Karte Nuhr alle Papp senderin rein ey Jungs ey liebe Bewerber und noch einer kann zu mir rein ok ähm gamertiff vm ich komm gleich Lobby ja jonas bester clan king marco ja danke dick GamerTV hat den. Moin Digga, was geht ab? Team A T-Shirt muss man tragen. So, Bruder, jetzt seht ihr auch... Moin. Okay, der guckt mir L zu. Ey, Bruder, du kannst da L zu kommen, weil wir müssen halt Teams, okay? Wir wechseln immer ab, okay? Wir machen ein paar Runden und nächste Runde ist Lewin dran. Okay? Ja, okay. Ja. Hättest du bloß nicht gesagt, dass ich auf PC wechseln soll. Das hätte ich Sound-Pod die ganze Zeit gespammt. Nächster Runde, ey, nächster Runde. Ey, sollst du den kommen nach? Jo Moin. Ist das ein Mädchen oder der Junge? Ich hab grad, ähm, ich hab grad, ähm, das Team A T-Shirt an. Hey, du kannst Crates frei machen, oder? Ich kann dich frei machen. Ey, kannst du, ähm, die andere Bewerberin rein schicken? Wir können Teams spielen. Wie, ich lade kurz den Kugel ein. Welchen Bewerberin? Welchen Bewerberin? Ja, die andere. Ja, meine Freunde. Ist das deine echte Bewerberin? Aber deine... Also so... Ja, das ist meine echte. Achso, okay. Und die kann grad aber nicht zocken. Die kann aber, die kann jetzt nicht zocken und die kann gerade gar nicht. Warum nicht? Hey, die war doch gerade in der Lobby. Nein, das bin ich ja. Und dein zweiter Account? Bist du diese Winter? Ja, Winter bin ich. Hey, du bist ein schönes Mädchen. Also... Auf den Account von Insta, das bin ich nicht. Das ist meine Freundin. Ja. Meine Freundin hat noch einen Account. Die ist auch Gästechenschüler. Die heißt aber auch was mit Winter. Weil ihr im Winter-Clan seid, oder? Nee. Bart. Seid ihr freiwillig geliebt? Seid ihr freiwillig geliebt? Wo? Oder was? Oder aus dem Winter-Clan. Es war kein Winter-Clan. Es gibt kein Winter-Clan. Ich meine... Ah, Winter, Digga. Was lab' ich? Hier, wie heißt dieser Clan? Ähm, Maidwux. Maidwux. Seid ihr freiwillig geliebt? Ja. Ja, okay. Warum seid ihr geliebt? Aber schon. Kein Bock mehr gemacht und so, ne? Oder wie? Was geht, Vincent? Digga. Grad Sven in den Kommentaren. Ich bin grad live. Ich spiege manchmal. Ich hab auch Castingames und so, weißt du? Mhm. Also, ich bin ein Leader vom Clan Nelio. Und der andere Leader heißt Niki, ey. Und unser Co-Leader heißt Jonas. Das ist Jonas, ey. Wir haben alle 300 gehabt. Ich hab uns einfach zusammengeholt. Einfach von ihm. Ähm. Ey. Ja, Nuel, Digga. Warum kannst du das denn? Doch keiner. Nuel ist ein Member vom Clan. Auch ein guter. Also, wir haben Squads eingezahlt. Schlecht. Schlecht. Hast du Earnings oder so? Ne. Okay. Ähm. Ich hab... Hast du noch Fragen am Clan? Also, ich spiele seit drei Tagen wieder auf Controller. Eigentlich spiele ich hauptdings halt mit Monster Tor an Päschen angeschlossen. Aber ich bin halt seit drei Tagen auf Controller gewechselt. Und mit deiner Freundin zusammen, sag ich mal. Ne, meine Freundin ist Monster Tor-Spieler. Aber... Die wechselt manchmal auf Controller. Aber hauptsächlich spielt die mit Monster Tor. Wir brauchen halt noch hier... Ne, guck mal. 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 Guck mal. Mhm. Und schatt. Mhm. Ne, warum hab ich schon wieder Team 3? Wie alt bist du? 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 Okay. Vierzehn ist eigentlich ein relativ gutes Alter. hast du noch fragen wünsche an den klaren wie habt ihr den klaren gefunden sag ich mal so suche so member oder so herstellt mal die kurzen anderen bewerber einer party wir haben viele bewerber anfragen ließ das tiktok haben mit 3000 follower war deswegen auch da ein bisschen die portion zum greater code greater code haben natürlich auch aber ich habe keine waffe jungs ich habe keine waffe du wirst uns töten ja freudig 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 euch nicht machen und ich komme der ist halt nicht mal gut überhaupt nicht eingeschrieben hat der tisch zum ja können wir ja nicht wieder aktiviert das ist wieder nach dem live wenn eine stunde ungefähr dann ist das krass finde weiß was ich krass finde was soll ich das machen wann ist das live oder so so ein wort und werde ich bin selbst ich würde er war für ein turnier ist das neue nova macht ein turnier was bringt das kann man 35 euro 20 euro wenn du erster bis gut haben und so gewinnt jeder oder nur dinge oder jeder aus dem kleiner nur klar am führer jedoch zum kleinen kann mitmachen bei uns lassen suchen jeder macht mit aber war es so ich meine vielleicht wenn alle 33 35 euro preis geht und dann teilen wir das glaube ich an jeden member bisschen auf so weil das ja auch fair oder nicht also jeder kann ja mitmachen und halt dann kriegt der gewinner halt der das freie geworden hat sind natürlich denn am meisten aber die anderen ein bisschen auch oder also ihr wenn ihn damit einfach standen seit es ist es ein sport oder ein was er bist du Oh. Wie wird alle der? Krass. Ach so. Na ey, wir haben den TikTok gekochen. Aber. Komm. Ey, ich hab mir das nicht gelassen. Kann ich nicht hier rein. So, 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 so. Und die Leute, schaut euch das mal an. Hey, 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 apolla, dürfte das Tüge gemacht? da war ich halt vertreten 29 minuten online wir haben noch ein bewerber vielleicht macht er gleich auch mit wenn du bock lassen killdoll machen jungs ich bin nicht so gut wenn ich alle gleich noch weniger ich bin auch nicht der beste aus dem plan so selbst schon zehn bessere ich bin auch nicht besser aber ich würde empfehlen spiel zu bauprohr oder kampf wo ich bitte auf jeden fall von nichts gehen wir hatten bewerber no joke will story das heute in klaren kommen auch ja wohl unbedingt klar wir haben den kalt testet er war halt so schlecht er konnte halt nicht so viel gut bauen weil auf kampf ich kann mit kampf von 90 ist man das noch aber der konnte es halt nicht so gut und derzeit ist auf komfort bis zu ich habe gesagt dass viel easy er wolle das so ein bisschen ich nicht brauche ich weiß ja ja gern morgens eins ging ein sportzeit machen können wir machen ich mache meine eigentlich gleich ich will die märze machen eigentlich wenn ich ihn hast du gut und eins kann von der russischen tor ich muss mich direkt kommen das ist ja auch schon weiter und dann kann man drei von von der seite und haben kommen können hatte alle ein paar nur im nahkampf drei leute die spray mich mit der erweckung dem alter ich call dir oder erst mal du hast du hast gut so es ist niemals auf kreis der kass mich erzählen kann ich sehe gar nicht so richtig krass mhm, okay, also er hat einen Erdbewerb gemacht. Taiku-Player. Wo sind wir denn 9-Tees? Team A T-Shirt immer auf Flex aufnehmen. Ah ja. Aua. Okay, mach ich still. Kann ich dir wirklich zeigen, bin kreativ drin, dann kann ich dir gerne mal deine Leite zeigen. Kannst du man gewollt? Ja. Kannst du sie? Kannst du sie oder? Kannst du sie zu sagen? Kannst du sie zu sagen? Ja. Es gibt gar keine Harmin-90s, Digga. Kann das nur wie sehr ausfallen. Ach ja. Es gibt so, ach ja. Kannst du Buga-90s? Kannst du Buga-90s, dann wärst du übers krass. Kannst du Buga-90s? Ey ey ey. Witz! Witz! Schnappe! Witz! Witz! Oh mein Gott! Ich will kein Mann! Ach, geil! Ich will kein Mann! Story Designs brauchen wir für USB-W, YouTube, Discord. hallo ja auch machen wir markiert werden wir haben jetzt ein designer für die story karten wir gehen ich habe keinen kommentar gekriegt in juni warte ich bin nicht dumm also muss wissen es gibt zum klaren sind aus alten membern von uns die hassen uns halt wir haben die so ist auch verständlich die wir haben ja gekriegt weil die entweder beleidigt war oder halt wirklich zu jung weil wir können keine zehnjährigen reinlassen die nur stress anfangen so weißt du ich meine also wir lassen schon krasse junge rein aber die waren alte vier alter noch nicht zu reif sagen wir so und die haben bleiben nur und wir haben gegen die rcw gemacht gegen ihren wir sagen wir sind bald klar und wir haben gegen die aber easy gewonnen so gut übernahe können wir gleich kassen games kassen gibt es also falsch geschrieben können wir machen geld wird ausgemacht ja stimmt rausgemacht man kann nichts das spiel also wie dreckst schuldes gott event alter ja ich hasse ich habe es du wirst schon gesehen für unnötig würde so aus machen da bin besser oder das das besser aber antworte beteiligt wir geben über weil warum keine antwort ja ok da hat schon kürzlich kürzlich ist die kinder wird die geboren wird sind wenn er möchte mich bewerben bitte 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 kann ich mich bewerben bitte bitte wenn wir mit zu betteln ist dumm er ist eine kinderregel ab diesem kann wenn man oder und bisher noch da und er ja im bruder jwgmql seid ihr noch da rift und jwgmql seid ihr noch da rift da miguel da ich lacht mal icons ja ich lacht ich warte ich suche kurz rift ich bin noch da ok du kannst gerne bewerben miguel kein ding bruder habe auch gerade das t-shirt an wer bewerb sich einer möchte bewerben in den kommentaren gerade sehe ich ähm bist du noch da, ja klar bruder also wer doch da, selber schrieb simply with s gar nicht, oh nein hab ich ja schon voll mit von allem ja zum beispiel so ein e-mail ding oder sowas weißt du ja 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 oh ich muss halt länger machen ok habe ich es verstanden keine 10 jährigen mehr, ok aber trotzdem, ich hab dir was geschrieben können wir bitte custom games du reagierst einfach nicht hey und was schreckt der junge nicht ist so dicker fünf leute zu dritt als sie wurde warum wurde ich gekickt simon ähm warte ich ja reib epic da ähm du wurdest äh ich schreibe ich spiel es auf PS4 Miguel, weil mein epic ist zu schwer der musst du leider deinen rein schicken ähm du wurdest gekickt simon, einfach aus dem Grund weil du ähm inaktiv warst und ich hab, wir haben neu davon gemacht ich hab geschrieben so yo, alle sind draußen die das nicht schreiben ich hab dich sogar mit add simon angewandt du liest die Nachricht antwortst das ist nicht einfach respektlos einfach verhalten du warst auch nicht viel aktiv so und wenn halt auch ne scheiße und hast sogar geantwortet auf das add simon so das fand ich auch ganz frech und heißt nicht mal ähm heilsaus ähm 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 äh nelio, auch wenn killduell ist und wir gegner sind wo bist du? hinter dir ja wir können jetzt zusammen laufen ab 3 3 ich kann gar nichts machen die ganze und ich hab nur einen tag was da los also ich hab drei kürzlich mal die wilde mit haben diese kids habt ihr ja noch gar keinen wenn ihr will zu haben hinter dir hast du lange gehabt oder wie ich bin das gab mir die menschen können können wir es gehen konnte ist nein leider heute noch kategorisch geht gar nicht ich habe gerade weil ich gerade die ganze zeit antworten muss auf bewerber sonstiges der preikert gegner gegner besser besser das spieler ich habe gecheckt mit wetter spieler ich habe gecheckt er hier macht gleich die killduell wenn es klaren kommt in klaren kommt ja ich meine ja okay zwei bewerber einer geht der besser ist drei runden ich finde dann schon gut aber ich muss ich sagen so auch bitte tut mich haben bitte bitte ich habe das mehr ich wollte es ja also anfragen habe ich will auch meistens so gegen gute oder netze klären aber eine edit ich muss ja wieder ein trainieren weil ich mich das habe ich nur eines einstellungen gemacht jetzt kann ich viel schneller hätten sagte vorher kann ich schon schnell edit aber wenn ich jetzt noch schnell edit kann oder ich kann ja doch nicht ich habe mir das erst heute reingemacht ich mache nur so davor muss ich halt bestätigen ich kann ich redet hier in der faktion zb oder bin tot traf mich ja ich bin recht los gar nicht gar nicht ich muss ich eh wie ich kann ich es geht der bruder muss ja auch gleich zu gucken beim killduell weil wenn bin ich denn alles klar an die da wohl ist einfach zu viel nach kling mag kürbe zocken morgen ja ich muss rt man kurz rein ich muss kurz auf erzählen wirken wechseln so krank jungs ihr wisst ich welchen kampf das noch ein bisschen dabei war ich warum die munition der munition dabei war ich muss kurz ein fa schicken alter ja kann ich nicht mehr da und treiber gesperrt wirst man für dadiger ich werde erweilig hat überall für die welt hatte geschickt ist es war ein noch erde so ist es der gedreht alles stressig weil ich um 1 Uhr ins Bett gehen weil ich unbedingt morgen um 6 Uhr oder so aufstehen wollte weil ich muss so viel sachen machen weil es kamen wieder so stressig der job für das hier ist kein eigenen kann machen und so gehört deswegen ist kein ein plan mehr machen danach ja schon aber du hast viel zu viel stress sage ich dir ganz ehrlich ich muss am tag mit sechs stunden in whatsapp oder sowas sein und jetzt eh tot ja ja klar allein und deswegen kommen kommen wie oft die schreibt also so welche kommen ich kann gleich auf leichtheit konzentrieren jungs ich kann es ja auf dem handy nur sehen ich muss auf handy auf inserschein und auf youtube das ist gleichzeitig bisschen dumm winter machen wir zu öffentlich gruppe ja weil ein anderer bewerber killdell mitgemacht der bessere konnte klar wir brauchen ja auch gute männer ja dann soll jetzt reinkommen natürlich kriege ich shots wenn ich in die sonne will ehrenmann 14 hp habe ich fick ich ihn ist er ist auf viel verschlägt so muss er selber so ohne muss er selber so holen ich weiß ich will los 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 herr jungs ihr seht ich bin genau drauf dünner dünner chemie modiger es ist nun es ist nun oder habe ich bock habe ich bock werde ich dann meine sonne allein weil ich muss wieder das medkit mit holen und die verbände das habe ich so null chance rein zu was ich weiß nicht mehr so viel kacke jungs ich kann gleich den live chat lesen sag ich immer wieder aber zu viel beleuchtung legal ich habe ich mein licht an und vorne straten in die fresse aber ein stimmt mit geht einfach die idee jetzt kann ich den youtube-chat lesen ja ich habe hier jetzt geklärt wenn wenn das nicht mafi kann spüren kannst du jetzt lesbisch ihr wart leute wo seid ihr von sauen einfach warte ich kenne noch kurz einander endlich ihn gerade nicht die gleich wir werden euch so ficken in unserem besten aber auch egal ich war jetzt die beste na klar warum schütten die du mich an die karte ich bin einfach epic reinschreiben machen pakete ist aus ja ich habe gesagt die beste spieler auch mann grüßens bräuer bittes und diese treppe ja konnte nichts machen einmal kühlt die gare gebreit und erziehe mann ich kann nicht nicht ernst nehmen ihr seid eh lust du weil er auch so klar rausgeflogen hat sei beziehungsweise nicht reingekommen seid seid jedoch kreativ ringen erst kreativ der typ ist doch kreativ wir können nachschauen digger wir hätten sind ein bis noch damals ist er noch da ist er aber die er nämlich besiegt haben ich habe gegen dich gewonnen ich kann ich bin kloser mensch auf jeden fall regen bei diga und deswegen machen wir auch nicht verlassen möchte ich nicht mit einem klub da habe ich noch kann gerade nicht mehr muss noch kurz eine sache machen da machen wir können mit einem zwei bewerber ist doch drei bewerber jungs noch öffentlich ja 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 ist öffentlich ja der typ schreibt mir so als würde er gar nicht erklären wollen ja will er eh nicht ganz ehrlich gut fand ich jetzt auch nicht wir haben gerade so viele bewerber ich bin gerade live ne endlich auch mal geschafft wie alt seid ihr beide ich 13 ich bin auch 13 sauber digger wir machen killdraven klaren konnten weil ihr beide gut sei krass seid ihr beide im plan willst du dann nicht habe ich geändert danach machen mit euch an habt ihr nichts jungs ich hab nur custom wager also ich hab mal nichts wirklich wie viel 450 also ich hab mal so ein cup mit gemacht wie hieß der noch mal winter ja irgendwas mit so ja genau genau da habe ich ja nicht aber ich kann schreien nein ja wir gehen gleich nach einer killduell dann schauen wir die kräfte erster killduell eine runde weil wir können gleich bei den kräfte schulen bei den einzeln kann man geht nicht geht nicht geht nicht weißt du warum nicht nach kreativ drinnen der er dann geht er rein und dann steht da deaktiviert stimmt kann ich schon mal du kannst gleich reinkommen ordentlich als jemand was so lehrt ja schlechter jungs bitte bitte gibt die hoffnung du hast du hast nur ein oder mehr hast du wirklich du hast es ging mich gewonnen aber auch egal schauen auch viel spaß in seiner sieben ärzten ja wir haben ja rauskriegen soll also deswegen ja ich krieg kriegt also ja er war inaktiv hat nicht was geschrieben und war auf jeden fall nicht der beste machen wir nur noch mal gut wie machen ja ja ich mache mitbewerb und durchmacht mit mir wohl wie geht es aber okay genau und prüfen hier kommt die gerne was mit dem preis geht die doch so klar der 1 euro 50 oder was beide von vetros vom vetros hallo digga ja okay wir können das ja machen so mit preiswürdiger kommt jetzt kommst du nicht mehr kräftige schade auch schade und ich gebe mal jetzt wohl dass sie mal treffen Obstgarten oder so ich bin ganz so aufgeregt und du es im Video ich will eh zu du es im Video mit in den Schatten machen ja ich muss heute in zwei Hunderten der ich war so früh Pern und jetzt kriegst Chitos und Werber so acht Zuschauer Jungs ich mach doch nur und äh so ein Kanzel-Member-Stream Jungs so keine Ahnung musst du auf dann oder musst du weiter nein ich muss nicht auf ich kann ja natürlich länger aber keine Ahnung also kommt drauf an wie viel Bewerbung kriegen ne mach doch weiter wenn es jetzt so gut läuft also jetzt ja wenn wir noch ein Bewerber kriegen hab ein sauber ob was äh du willst PS4 Spieler auch was auf was editierst du denn ich linken Stück ich möchte mal gucken ähm also wir sind auf jeden Fall die besten nur L und ich ja einfach ruf jetzt jeder ist es doch so das kann sich doch jeder ein Lootpack holen oder was irgendwie ist was irgendwie dampf äh äh dampf Herr Digga wie wolltest du sonst machen oder Digga wie machen so eine Kasse äh oder sowas ähm wo wir halt die Preisgelder drin sammeln bis 100 Euro bis hier so es war Digga Digga ist eigentlich ganz clean Idee sollte machen also wir machen bei den Turnieren mit wo man Preisgelder sind kann viele so ein Spieler machen von uns diese scheiße wenn äh Konzert soll jetzt mal weggehen ja ich habe jetzt auch kein bock bis zu 1 Uhr zu zacken Digga darf ich eh nicht glaube ich safe hat schon mal du hast auch einen guten Konkurrenten ähm naja ich hab bisher gar kein äh äh ne alle haben noch null Kills also weil wir sind als heavy siehst du das warte noch ein nokt so und noch ein nokt so oder erstellt im 1p da kannst du immer alle places auf land ja Digga Pace Konto Digga das es gibt kein Pace Konto oder was gucken so viele Sachen Digga ich war gestern im Pool ich hab ähm halt Fortnite live eingegeben und dann kommen da ja halt äh ganz oft zu Streams und so da hab ich einfach mal geguckt dann hab ich dich gesehen danke so dass ich angezeigt werde also wir haben auch T-Shirts und das also okay halt YouTube Kanal angefangen die machen auch grad close ähm oh egal ApoloLypte ruf ich an 2 kills hat der oh ne einer 2 kills hat also wir haben auch einen wir haben mehr wie viel Arena Points hast du du kannst vielleicht mit paar spielen wir haben 6k Arena Points und so also ich bin Squad 3 von 4 also ich bin Squad 3 von 4 also ich bin auch Player mit whatever whatever äh habe selber okay ich guck mir ein Tutorial wie ich das mache oder dann mache ich heute noch ein Pacef Konto Pacef Konto Pacef Konto wir machen wir alles aber eine Kreditkarte von jemandem nehmen das geht's nicht du musst erst so ähm man muss kann ich auch Pacef Konto 3 machen Pacef Konto 3 machen Boah wie ich schwer weiß ich nehmen muss Pacef Konto musst du gucken auf jeden Fall musst du erst deine E-Mail ja ja dann musst du deine oh hier ist ein Gegner warte mal ich hier ist hier steh mir bitte nicht steh mir bitte nicht steh mir bitte nicht steh mir bitte nicht oh zum Glück ich hab Angst ich bin Kill ne ich bin Kill ne ja Digga yo ne oder pö 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 ich schick mir ein Tutorial rüber Deepen Bruder Deepen ist ein Member kannst du willst ihn nennen der ist auch ganz korrekt also er hoffe ich war auch korrekt der Member Deepen Noel kennst du auch in WeLife Schade dass die Picke Weihnachten wieder reingekommen ist die war eigentlich sauselten ja eh ich geb die Schampel ich geb die Schampel ich geb dir bisschen bessers Lut besser was ist das du brauchst um dein Alters zu bestehen brauchst was achso ja warum kommt tritt jetzt alle bei was ist das so dass der kartoffel klar lasst kurz für den kommunen kanal direkt mit einem direkt jetzt alle bayerischen sport alter das so dass der kartoffel klar der kunden kanal der hatte gerade laute musik an ich hab's gehört die haben gruppenkanal wir müssen wieder wir haben spiel er hat herausgefunden wie die mädchen ganz ehrlich weil ich verloren hast gegen uns ganz ehrlich digga so legal mali digga du bist zehnjähriges kind na klar ich möchte sie mit dem alter macht man privat jetzt hab und das machen wir ja was anderen kanal wiederkommen ja 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 gewonnen ja er hat gewonnen ja auch wo es wird wie ich krieg den nix der welt ist keine von d das ist von diesem konzern kanal die sind doch auch gestorben woher soll ihr seid beide gut guck mal ihr beide voll viel christ mal also der public ist auf das ganz alles als great fox und spiel auch nur box als eigentlich unser haupt weil wir machen ja auch die cbs in box also also wir können also nur noch er macht gruppe hat ja nur was soll ich sagen wie war ziehen auf wie soll ich auch schnell scheinung fein auf ok die jahre ich weiß ich fahrt auf jeden fall miguel fahrig gut mit sein kild auf jeden fall überzeugt was sagst du zu sein auf weil sie nicht so wie ich doch wir haben sie ja auch schon mal neil aber müssen können wir ganzes gott jacke willkommen neil hallo ich will bei dem krasse ich merke euch miguel schreibt uns auf insta wir bleiben kontakt gut oder seid ihr seid ihr habt die gute ja ich habe auch gesehen wird auch gut egal ich bin bei drei lassen ich habe neue edit aber ich schwöre warum kannst du das andere so gut edit in elio edit seit drei tagen mit patrick da kannst du nicht machen elio das ist auf der fahne gegen die kontrolle alert da kann ich auch nichts möchtet ihr beide denn im klaren ja okay ich habe das unter ein team unterstrich wir haben halt gehackt deswegen das heißen wir machen wir noch eine runde oder naja aber ich weiß ich muss dir leider was sagen nein der macht musik an der macht musik an der macht musik an das war mit mir auch mal so ein wir haben sticker von dem warte du willst du es wirklich nicht mit mit einem siebenjährigen an jungs wir machen so wir machen pacif account für team und da war sie erst alle preisgelder jungs bis wir ungefähr 200 haben da können wir das gut aufteilen auf jeden mehr vielleicht zähler pacif hat er kann jeder sich was gönnen ja also weil wir es wahrscheinlich machen also jungs für die preisgelder haben wir natürlich auch bisschen mehr aber wir wollen das so machen ein bisschen sparen wenn ich preis der gewinnt würde dann wird kommt ihr schilder plan ich glaube schilder plan so hast du da war schon drinnen schilder kann ja ich habe kranken ja da war ja schon drinnen roma kenne ich noch aber auch bei uns das ist ein liefst zu betrachten ja aber er ist ein friedlich geht nicht hast du dich bereit drüber bereit ich muss den anderen member noch elbewerber testen ich lasse die lobby warte ich probiere mal den sticker also wie ist das jetzt also alles klar alles klar kommst du zu mir in der lobby weil wir müssen dir was sagen also ich und Lionel wir machen Musik an ich und Lionel wollen dir was sagen also was ganz wichtiges oh sind das lustige die machen Musik an pass auf das sind cd-region ha ha es ist ein wirklich so easy club die haben ja auch gewonnen hä wir haben die sportteam zugleich krass das kommt gleich in die lobby rein warte 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 入ot warte 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 oh warte 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 also werden wir morgen nochmal getrioted in creative ja also ihr seid im Clan jetzt also ihr werdet nicht mehr getriotet weil ganz gut sei ok wir sind die besten aus dem clan aber trotzdem hast du uns auf insta angeschrieben na warte wie heißt es auf insta? team unterstich a heißen wir gibt es bei euch sowas elite, competitive und so gibt es bei euch? welchen davon seid ihr? ja also bei uns gibt es ränge eingeteilt squad 1,2,3,4 squad sind 5 oder 6 member weil wenn welche bei cw nicht köln ist und wenn 4 drin sind und dann helfen die halt auch aus auf dich warte ich muss kurz noch streamen und das andere warte ich muss kurz noch streamen und das andere wie hieß der bruder? keine ahnung er ist im markt oder so ich glaub den einmal in den typen und lass da fragen ob die teil wollen die sind grad zur dritte im lobby was wollen die denn? ja die sind Kartoffel Climb Royal die sind aus alten Mimber das ist so wollen wir zu dritt oder? ja ja lass ja komm dass du wir zu dritt ey 3 West 3 hat die Eier Jungs 3 hat die Eier Jungs kommt 3 West 3 ja 3 West 3 Digga wir haben hier neue Mimber am Start und der? ja Miguel und Sign Off Miguel und Sign Off ok dann lass dich nochmal Ono dazu ein ist Ono und euer Clan? lächerlich ja ihr gespielt nur noch ja Clans aus alten Mimber oder wie? ja wir halten euer Clan wir halten euer Clan ja stimmt hallo oh na Kartoffel Clan das ist ein bisschen katholik klaren oder wie ich stunde alle jetzt also was ist ich verstehe ich habe ich jetzt auch wieder an oder wir haben wie heißt ja warum das selbst warum ist das gesagt die jule liga der der ist ganz kacke katholik klaren du kennst du hast jetzt auch die katholik klaren 10 katholik auf jeden fall ein video was mit der hälfte deiner abonnenten alle dank für band und mir nein das tut auch weh nein du hast gar nichts gemacht du hast gesagt ich wollte wahrscheinlich ich habe nicht ein abo durch dich gekriegt aber auch ja habe ich auch nicht gemacht ich habe gegen drei kommen kann nicht nur kräftig ist aber auch gerade zugegeben dass du fake abos hast vielleicht 100 oder 200 gehabt der t-shirts nein digga habt ihr habt ihr gute member habt ihr gute member warte lasst du hast du hast gesagt du hast 200 abonnenten dank du hast du echte 300 abonnenten also das tut weh das tut weh dass du nicht mal zehn abonnenten auf den kanal hast du recht wer soll die gar das nicht mal was machen ja ja so was macht es tut eigentlich auch weniger ich hatte ich meinen ehrenleute playlist ich habe fast ein jahr wahrscheinlich weniger wenn ich dass mich als hürikanin beleidigt soll ich mich nicht nach bin ich nicht nach nein also ja dann muss ich ihnen mal was sagen die gar nicht schwierig box den alter wenn sich etwas bei mir entschuldigt bin ich auch gerne wieder da aber digga er soll sich entschuldigen an die gasten einfach unnötig so ein plan zu sollen und nur warum warum das ist traurig dass die hinsen in der tiktok verloren nur gott sind neilio neilio hören wir mal genau zu also wenn sich niklas bei mir jetzt also hier in der lobby sagt jeder älter wenn man sich entschuldigt dann ist alles wieder geklärt aber er entschuldigt sich was ist das alter ich mach jetzt öffentlich digga jetzt kommt jeder raus hier rein digga mit hauen bot hoffentlich er klosen michael bis dort in diesem eklan digga ja er hat 450 euro earnings hingegen das zu euch einiger ich habe eine frage mir und ich habe eine frage wer bekommt denn das gefühlt wer bekommt das ja vielleicht wenn ich wenn ich mein trader code haben dann vielleicht ich alle trader code exos place ja digga macht doch trader code exos place digga das ist das nicht ich weiß das pilz der macht ein klammeln und ich habe den ausschiebt und die finde ich ein digga wieder beleidigt einer der fix nicht korrekt digga an dieser zu euch digga das ist alles umwerber ist direkt wenn er uns zwei zu und alle beleidigt hat er wirklich nicht wer was steht im chat du boi wer sie hat als bots beleidigt ihr seid wo ich will ja ich will ja taten sprechen wir haben gegen die gewonnen wir haben gewonnen gegen die das wie ich mit der polen und wahl die aus den bilden die jungen diese schweizkampelwerber hier die schreibung ist die die Ich will ja nichts sagen gegen den Kartoffel-Clan, aber wir haben gegen die fast 15 zu 0 geworfen. Seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Ey, Lili, ich möchte dir eine Sache sagen. Sagt Niklas, ich bin wieder drin. Ich bin so lange in dem Klamm. Ey, ich schaue fast jeden Tag mit ihm. Ich rede mit ihm, okay? Digga, aber... Ey, oh, du kannst dir eigentlich... Sei nicht im Kartoffel-Clan, okay? Ich schwör's dir, Digga. Nilo, ich wüsste nicht raten. Ey, warte, Nilo, 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 Nilo. Ich hab jetzt beide gestimmt, okay? Ich muss dir eine Sache sagen. Ich bin nicht am Plan. Ich hab die ganze Zeit gelauscht. Ich hab gesagt, ich mach ein Video gegen dich. Mach ich nicht. Ich hab alles geschauspielt, um diesen Lionel und diese Kartoffel-Clan zu nehmen, okay? Jetzt noch einmal, okay? Nein, nein, das ist alles geplant. Wallah. Hier, hier, hör zu, warte. Ich mach Audio jetzt an. Hier, Audio mach ich jetzt an. Ey, ich fick in Gruppe. Wallah. Ich hab, ich hab gesagt... Ey, 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 mach die Audio. Hier, Audio, dies, das hör jetzt. Äh, jetzt. Warte, 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 warte. Guck, das hat mir Kim Cedric geschickt und der andere hat das hier gemacht. Warte. Digga. Digga. Digga, Team A, du kleiner Prim. Du bist schon kleiner. Das ist schon hässlich. Guck. Digga, es ist zu wild. Und hier? Und hier? Digga, es ist zu wild. Exos Place hat das hier gemacht. Hallihallo. Exos Place ist dumm. Jürgen, das hat oben rum gemacht. Ey, ne, der Kerlbewerber hat gerade verlassen. Wer gerade gewinnen sollte. Okay. Du musst ihn noch mal einleihen. Was war das? Wallah, ich hab den Hops genommen. Der war bestimmt sieben Jahre alt oder so, alter. Wer? Wer? Äh, Zenorio oder was? Oh, du weißt so dumm, alter. Ey, könnt ihr mal, könnt ihr mal ein paar Leute kicken, die jetzt abfacken oder so? Ey, 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 ey. Das ist er. Ja. Ich kick alle. Ja. Das nervt nicht, ne? Das heißt so. Ey, warte, ich kick fast alle. Ich kick fast alle. Außer... 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 Fincax Junior, auch der Fincax Junior. Kick mich mal nicht. Kick mich mal nicht. Kicken mich. Kick mich nicht. Ich muss dir was sagen. Ja ja. Digger. Hallo? Nein, habe ich schuldet noch nicht kicken. Er hat's auch mal davon geklagt? Ey, ey, ne, ne, mal auf privat, okay. Ich muss jetzt was sagen, okay? Was ist? Ich kontaktiere mal auf Instagram. Ne, Jo. Ach, ne, ja, ne, ne, ne. Warte, ne, 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 ne. Ich hab dich. Warte, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. voll aber irgendwas ich hab dir leute es gab zwei es gab zwei ja das ein bewerber ist lenni jutsch dieser bewerber nein ich bin der bewerber hat angeschrieben aber ich glaubte nicht dass das alles vorgetäuscht hast doch der grüße kanakke links sich täuscht hast dich an ich kenne es ist jetzt auch klar er hat er hat ich habe gesagt ich habe zu lieben gesagt er hat so ein profilbild wo er sich richtig so viel zu richtig krass ohne was habe ich geschrieben die jungen sind zwei jahre als eine karte zwei jahre als kleinere reihe zu schütteln vor mir zu schütteln die sei gebrauchen wir haben auch dicker von ihnen macht euch die maschinen für die schick mal hier ein lieben hat ihn gemacht die sache ist alle in diesem kartoffel klan ich bin ich klar aber ich muss erst mal ich habe das extra rein getan nicht dass alle sehen dass du es willst du bist der neue member in anderen namen aber nirgendwo was ja was jetzt mit snipeback junior sollte bewerben ok den testen wir kann nicht drinne bleiben wir machen gleich köln warte name name mache ich einfach hannes das hat dieben gemacht köln köln warte du bist schrägst legt dich die schütten sie sie hier haben ich muss ja um jetzt die gesteckt hatte nun klasse fettkampf hat wirklich aber alter kumau ich sache und anbrücken die hier oder oder die hier ich habe mir gehen die schocken und hat wieder das ist doch viel zuschauer drin fast nicht wieder ich auch aber nicht ich bin ja ich schreib mir so spaß bin neuer member lieber schock und das du bist alter er die man schon von dass du es bist ne video schreibt mir dass es mehr member werden aber und wir dürfen das nicht verraten oder wo ja ich habe alle gleich gleichzeitig machen aber hey jungs wie man es als zwei eiliger kannst du gleich wieder zu erklären bisher erst so viel egal ich will ich meine ich bin einst du sollst du bist du immer wieder wie hier die kartoffel sie sagen wir da drin ist müssen robert mit jungen arrobat ist robert sechs plästchen lieren das ding ist wir haben gegen die hat weg und ex zu ehrenlos wir haben gegen die gewonnen und dann machen wir starten das war zwar noch mal kurz ihr dienst team kartoffel scheiße ich habe euch alle habs genommen ihr deutsch kartoffel wallah ihr seid behindert ich habe alles nur getäuscht also ich muss sagen wallah behindert grad digga 100 ich habe euch alle habs genommen ich habe nichts gegen links da gegen extra aber wallah digga ihr seid behindert warum beleidigt die mann ihr deutschen auch mal das dinge ist das kann halt niemals richter ist das schlade weil der klare von jahre ist am anfang wo ich reingekommen bin hat der geschrieben jetzt der profi drinnen das dinge ist der klappe von 2 13 jährigen führt diese 12 jährigen erzählen digga wie soll der klaren krass werden diese nicht meine ich will ein neuer member die denke ehrlich ich bin ein neuer wenn man hier ja 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 also ob man will schauen wenn es nicht mehr ich ihn will okay er will um das wird zweifel Juni ja ich hab vollstisch eingeschossen er ohne und dann könnte bitte lieben hier er hat er die festgelegt werden und er hat er ist ja ich habe mich jetzt angeschrieben ja ich hab dich jetzt am 8 m spaß ich bin so ich bin nein nein schreibt mich rein okay dann schreibe ich ja ich bin der warte hannes wenn man es so eine katze schreibt mich an die katzen profi bilden das ist winzend ach so dass du das winzend auch die legend wenn hannes ich schreibe jetzt mal wer ist das mein namen falsch warte ich schreibe mir privat ich heiße die gucken stream die ein dreißiger